Liebe Freunde, willkommen zu diesem schönen Video zu dem Thema Paragrafenketten. Ich bin der Meinung, dass um die Paragrafenketten herum sich die gesamte Aufgabe strickt. Das heißt, wer Paragrafenketten drauf hat, hat das Gerüst einer steuerlichen Aufgabe, einer bilanziellen Aufgabe hier parat. Das bedeutet weiterhin, dass man einfach möglichst viele Paragrafenketten drauf haben sollte und ich schätze, es gibt 50, 60 Stück, die man wirklich drauf haben sollte. Beim Sachanlagevermögen, bei Rückstellungen, bei den ganzen Positionen, bei Verbindlichkeiten. Man sollte aus Ansatz, Ausweis, Bewertung die nötigen Paragrafen aus dem HGB, aus dem ESTG drauf haben. Natürlich dazu die Richtlinien hier am Start haben und möglicherweise auch aus nötigen BMF-Schreiben hier steuerliches Wissen etablieren, ausbreiten und präsentieren können. Deshalb, um hier das Thema Paragrafenketten mal zu fördern und neu auszubreiten, habe ich mir eine schöne Aufgabe ausgedacht, nämlich diese, die du dort siehst. Und den Link zu dieser Aufgabe findest du in der Beschreibung zu diesem Video, wo ich eine relative Standardaufgabe durchgehe. Und zwar, man kauft eine Maschine, das heißt hier normales Anlagevermögen, normales Sachanlagevermögen und dann hat man die Sache, es ist ein abnutzbarer Vermögensgegenstand, abnutzbares Sachanlagevermögen hier also. Und dann stellen sich die Fragen nach Ansatz und Ausweis natürlich und nach der Bewertung in Form von Erstbewertung, in Form von Folgebewertung, die planmäßige Abschreibung, steuerrechtlich dann hier Absetzung für Abnutzung genannt. Eine mögliche außerplanmäßige Abschreibung, Stichwort Niederswertprinzip, hier das gemilderte Niederswertprinzip. Da muss man gucken, ist die Wertminderung dauernd, ist sie nur vorübergehend. Wie verhält es sich hier dann steuerlich mit der Teilwertabschreibung. Das ganze Blabla, das ganze Drumherum muss man hier dann angehen und muss es insbesondere von der Paragrafenkette dann hier drauf haben. So, ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt und würde sagen, ich werde das Thema gliedern in zwei bis drei Videos. Ansatz und Ausweis hier in diesem Video, Erstbewertung dann im nächsten Video und wahrscheinlich Folgebewertung im dritten Video. Vielleicht dann noch Video 4 und 5, vielleicht aber auch nicht. Also vielleicht in Video 4 und 5 oder aber in drei, nämlich für das Thema der Überleitungsrechnung. Denn wie verhält es sich denn hier mit unterschiedlichen Jahresüberschüssen handelsrechtlich und steuerrechtlich? Stichwort Überleitungsrechnung, Stichwort § 60 Absatz 2 ESTDV. Und wie sieht es aus mit latenten Steuern? Was muss man mit latenten Steuern beachten? Also ich würde sagen, alles gar nicht mal so einfach. Alles gar nicht mal so einfach. So, während ich hier groß erzählt habe, hast du bestimmt die Aufgabenstellung auch mit einem Auge durchgescreent und durchgeblickt. Es wird also eine Maschine hier gekauft. Der Kaufvertrag wird geschlossen im Januar des Jahres 2022 und dann wird sie geliefert im Februar. Das heißt, Kauf im Januar, Lieferung aber erst im Februar. Montage hingegen beginnt im März und endet im April. Ui, ui, ui. Ich habe natürlich, gemein wie ich bin, du kennst mich ja, gemein wie ich bin, habe ich versucht, alle Gemeinheiten reinzunehmen. Ist ja klar. Du wirst es mir in der Klausur danken. So, du wirst es mir in der Klausur danken. Nutzungsdauer fünf Jahre und dann schlägt der Blitz ein und dann ist hier die Frage nach einer außerplanmäßigen Abschreibung, bla bla bla. Aber zunächst einmal wollen wir uns kümmern um hier die Aufgabenstellung Ansatz, Ausweis, Bewertung. Die ganz normalen Fragestellungen, die ganz normalen Fragestellungen Ansatz, Ausweis, Bewertung. Und wir kümmern uns hier um Ansatz und Ausweis in diesem Video. Hier auch in den ersten beiden Jahren, das heißt Ende des Jahres 2022 und Ende des Jahres 2023, wollen wir das Ganze hier dann mal gucken. Allora, dann geht's los. Dann geht's los. Yes. Also, zunächst der Ansatz. Ansatz ist ja die Frage, kommt eine Sache überhaupt rein in die Bilanz? Kommt eine Sache überhaupt rein in die Bilanz? Eine Frage des Paragrafen 246 Absatz 1 Satz 1 HGB. Das ist also das Grundgerüst, der Grundparagraf, mit dem wir starten, mit dem wir den Ansatz starten. Oftmals ist es so, dass in der Klausur gesagt wird, gehen Sie nicht auf den 246 Absatz 1 Satz 1 HGB ein. Dann heißt es nämlich, dass das, was ich hier jetzt gerade schreibe, gar nicht zu prüfen ist. Ansonsten wäre es aber zu prüfen. Also, wenn wir eine Maschine kaufen, ist es nämlich die Frage, wenn du mal den 246 Absatz 1 Satz 1 HGB liest, dann steht das ja gar nicht drin. Selbstständig verwertbar, selbstständig bewertbar, einen konkreten Nutzen steht da nicht drin. Hat man sich irgendwie in der Rechtsprechung, in der Literatur ausgedacht, dazu passend, zu diesem Vollständigkeitsprinzip passend. Das nämlich, und so steht es drin in 246 Absatz 1 Satz 1 HGB, dass man alle Vermögensgegenstände, alle Schulden, alle Rechnungsabgrenzungsposten, alle Erträge, alle Aufwendungen reinzunehmen hat. Das heißt, wenn der Ansatz explizit zu prüfen ist und nicht etwa der 246 Absatz 1 Satz 1 HGB ausgeschlossen ist, dann muss geprüft werden, ob die vorliegende Maschine einen Vermögensgegenstand bildet. Und sie bildet einen Vermögensgegenstand, wenn diese drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind. Kumulativ, also alle sämtlich erfüllt sind. So ist es doch. So ist es doch. So, das ist die eine Sache. Die Ansatzparagrafen hier, nicht nur der 246, sondern auch der 247 ist ja noch im Reigen der Ansatzparagrafen. Und der 247 Absatz 2 entscheidet über den Unterschied, entscheidet darüber, ob dieser Vermögensgegenstand, und das ist hier ein Vermögensgegenstand, die Maschine erfüllt all das, ob dieser Vermögensgegenstand nun Teil des Anlagevermögens ist oder nicht. Oder nicht. Zugehörigkeit zum Anlagevermögen. Fragezeichen. Denn 247 Absatz 2 HGB sagt, wenn ein Vermögensgegenstand dauernd dem Geschäftsbetrieb dient, dann zählt er, der Vermögensgegenstand, zum Anlagevermögen. So, und Achtung, lomberische Regel. Dauernd heißt nicht dauerhaft. Heißt auch nicht langfristig. Nein, nein, nein. Dauernd ist eine Frage der Zweckbestimmung. Ist keine Frage der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Also, dauernd heißt nicht dauerhaft und heißt nicht langfristig. Der Unterschied zwischen Anlage- und Umlaufvermögen dreht sich also um die Zweckbestimmung, nicht aber die Dauer der Zurverfügungstellung. Das ist eine entscheidende Sache. Sollte hier etwas, Stichwort Vorratsvermögen beispielsweise, sollte etwas zum Umlaufvermögen zählen, dann musst du schreiben 247 Absatz 2 HGB auf Umkehrschluss zu. Weil nicht, weil und wenn, nicht dauernd zum Geschäftsbetrieb zählend oder dienen sollend. Es soll dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen, heißt ja Anlagevermögen. So, so sieht es aus, Ansatz. Das heißt, wir haben geklärt, ja, es ist ein Vermögensgegenstand, diese Maschine und ja, sie gehört zum Anlagevermögen. Und das bestimmt dann nämlich auch den Ausweis. Der Ausweis, wo zählt es dazu? Es zählt dazu zum 266 Absatz, also 266 ist ja der generelle Ausweisparagraf, so wie IAS 154 hier der Ausweis für die IAS-Bilanz ist, ist der Paragraf 266 HGB, und zwar Absatz 2 und Absatz 3 HGB, das entscheidende, beziehungsweise nein, nicht das entscheidende, sondern das einzige, was hier uns sagt, wo etwas hingehört. Ansatz ist die Frage, kommt etwas in die Bilanz, Ausweis hingegen ist die Frage, wo kommt es hin, die Bilanz. Wenn die Frage, wenn die Antwort auf die Frage Ansatz ja war, dann stellt sich die Frage nach dem Ausweis. Dann stellt sich die Frage nach dem Ausweis. Wenn nicht, dann ist die Frage, wo kommt es dann in die Gewinn- und Verlustrechnung rein und so weiter, dann muss man halt in den 275 gehen, um dann hier G- und V-technisch zu punkten. So, 266 Ausweisbilanz, Absatz 2 Aktivseite, Lateinisch A Anlagevermögen, weil wir ja davor hier 247 Absatz 2 HGB Anlagevermögen gesagt hatten. Weil wir dort Anlagevermögen gesagt hatten, bleiben wir jetzt beim Anlagevermögen und sagen, okay, weißt du was? Lateinisch A, 266 Römisch 2, Lateinisch A und nicht Lateinisch B. So, Lateinisch A Anlagevermögen, Römisch 2, es ist eine Dreifaltigkeit des Anlagevermögens, immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen. Bitte, diese Dreifaltigkeit des Anlagevermögens wissen für das Niederswertprinzip. Die ersten beiden Positionen werden anders bewertet als die letzte, als das Finanzanlagevermögen. Stichwort, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist ein anderes Thema hier, wie man mit einer dauernden Wertminderung umgeht. Nämlich beim dritten reicht eine nur vorübergehende Wertminderung, damit abgeschrieben werden darf. Wohingegen bei den ersten beiden, Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenständen, eine dauernde Wertminderung vorliegen muss, damit abgeschrieben, außerplanmäßig abgeschrieben werden muss. Aber die letzten drei Sätze gehören nicht hier zu diesem Thema. Wollte ich nur trotzdem mal sagen. So, ich glaube, bei diesem Video musst du oft wieder zurückspulen und dann nochmal aufschreiben. Aber egal, so ist das. 266, genereller Ausweis, römisch 2, Aktivseite, lateinisch A, Anlagevermögen, römisch 2, Sachanlagevermögen, naja, und arabisch 2, technische Anlagen und Maschinen. So sieht es also hier aus. Und das bitte auch nochmal aufschreiben, obwohl es ja durch arabisch 2 hier eindeutig bestimmt ist, dass es technische Anlagen und Maschinen sind. Aber trotzdem egal, schön nochmal aufschreiben. Weißt du Bescheid. Und damit du dich schon mal freuen kannst auf das nächste Video, ich werde im nächsten Video dann zur Bewertung kommen. Und zwar hier speziell zur Erstbewertung. Ui, ui, ui. Speziell zur Erstbewertung. Also da kannst du dich dann auch nochmal freuen. Das wird dann hier eine schöne Sache werden. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.